Hier bei Welt im Wandel TV gibt es jetzt ein Interview mit Barbara Bessen. Barbara Bessen ist ein berühmtes Medium und sie hat Kontakt zur geistigen Welt. Und ich werde jetzt heute mit ihr darüber sprechen, wie wir in Kontakt kommen mit der geistigen Welt und vor allem wie wir auch in Kontakt kommen mit unserem eigenen Höheren Selbst. Was das ist und wie wir damit in Kontakt kommen, wird sie uns jetzt erklären. Liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview führen können, weil es gibt niemanden, zumindest ich kenne niemanden, der so, wie soll ich sagen, so verwurzelt oder so verbunden ist mit der geistigen Welt. Jetzt war ja dein Interview Thema Wunsch, der Kontakt zum Höheren Selbst. Was verstehst du unter dem Höheren Selbst? Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und natürlich gibt es in dieser Zeit des Wandels sehr viele Menschen, die auch Kontakt zur geistigen Welt haben. Und viele Menschen haben das zum Teil auch unbewusst. Man nennt es auch Intuition oder Bauchgefühl. Man weiß einfach, was zu tun ist. Nun gibt es natürlich in geistigen Bereichen so etwas wie Schutzgeister, so wie Engel, dann gibt es Erzengel. Das sind ja alles Wesen, die sich im geistigen oder in der geistigen Schöpfung, in der Schöpfungsebene tummeln und die mit den Menschen, wenn man es denn möchte, auch zusammen gerne arbeiten. Aber im Grunde genommen sind wir viel, ich sag mal, hochschwingender. Wir sind ein großes Bewusstsein, was sich eine Erderfahrung ausgesucht hat. Und dieses Höhere Selbst ist im, sagen wir mal, im vollen Lichtbereich der Schöpfung, ist aber eine Bewusstseinseinheit, ist sich also bewusst, was es ist und gibt in einem menschlichen Körper einen Anteil seines Seins. Und wir nennen das den göttlichen Funken. Und nun sind wir ja in einer tollen Zeit des Wandels. Und es macht ja Sinn, dass wir nicht nur mit den Engeln sprechen und mit unserem Schutzgeist, sagen wir mal, nach einem Parkplatz Ausschau halten, sondern dass wir einfach tiefer in uns selbst hineingehen, ob durch Meditation oder innere Reisen. Und dieses Göttliche, was wir in uns haben, kennenzulernen und damit das Leben zu leben. Das ist das Ziel. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, das gibt es doch alles gar nicht. Wie kann man denn jetzt so jemanden oder auch anderen, die danach suchen, wie kann man denn denen helfen, dass sie mit ihrem göttlichen Funken besser in Verbindung kommen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden, was sich zurzeit hier auf der Erde an, sagen wir mal, Wesenheiten, die einen menschlichen Körper bewohnen, befassen. Es gibt verschiedene Arten oder Stufen, könnte man vielleicht sagen. Es gibt junge Seelen, die hier gerne auf der Erde erst mal die Dualität erfahren wollen. Die wollen gar nicht wissen, wer sie sind oder wo sie herkommen, sondern die lieben es. Beispielsweise wie jetzt in der Politik oder Wirtschaft, was wir ja gerade erleben, hier unsere ganzen Reglementierungen. Die sagen ja, die überlegen nicht viel. Die sind da gar nicht so kritisch, sondern die sind so in diesem Feld oder wie man auch sagt, die Matrix verwurzelt, verbunden, dass die gar nicht auf die Idee kommen, zu fragen, was gibt es denn sonst noch oder wer bin ich? Dann gibt es, sagen wir mal, reifere Seelen. Es gibt ja eine sehr gute Autorin, dessen Namen ich im Moment nicht im Kopf habe, die sich mit den verschiedenen Stufen der seelischen Entwicklung befasst hat. Warda Hasselmann. Ja, genau. Und die hat ja verschiedene Leute auch beschrieben oder eingestuft, wo die sich befinden, unter anderem eben auch noch, glaube ich, mit verschiedenen Stufen oder Punkten. Aber was mich sehr faszinierte, da fühlte ich mich sehr bestätigt, dass sie eben sagt, es gibt unterschiedliche, sagen wir mal, Arten, wie man sich hier bewegt. Wenn man hier schon vielfach auf die Erde gekommen ist, ist man eine reifere Seele. Und ich glaube, die jetzt alle, die sich jetzt hier so im Wandelbereich mit vielen, sagen wir mal, Informationen, ob das jetzt Channeln ist oder ob das jetzt wissenschaftliche, wunderbare Erkenntnisse, Quantenphysik und was es alles so gibt, beschäftigen, sind in meinen Augen alles reife oder sogar sehr weise Seelen, die sich mit den Dingen beschäftigen. Um deine Frage zu beantworten, man kann keinen Missionären. Ich denke, man kann nur was anbieten, Stoff anbieten, auch im täglichen Gespräch mit Freunden, mit Leuten, mit denen man so auch beruflich zusammenkommt. Und wenn jemand anspringt, sage ich mal, wenn jemand das interessiert, dann wird er auch fragen oder wird sich vielleicht plötzlich auch Bücher kaufen. Man wird ja auch geführt. Also ich denke ja immer, kein Buch kommt einfach so zu einem, sondern manchmal fällt es einem richtig in die Arme aus dem Regal. Also ich glaube, man muss, man kann nicht missionieren, sondern die Menschen, die reif dafür sind, die werden den Weg auch gehen. Dieses Höhere Selbst in einem, ist es denn auch so was, ist es das Gleiche wie Erwachen? Was Eckart Tolle sagen würde, das ist Erwachen oder würdest du sagen, das ist eine andere Dimension? Genau. Ich glaube, so wie er das meint, ich habe seine Sachen ja auch gelesen, nicht alle, aber einige. Und ich denke, wir sprechen da von derselben Abteilung oder von derselben Sache. Also Erwachen in das Göttliche hinein. Er sagt ja auch, es gibt keinen Körper eigentlich und sowas alles. Davon bin ich auch überzeugt, dass das so ist. Und ich glaube, dass wir in einer so tollen Zeit leben. Früher hatten ja nur Auserwählte und Eingeweihte diesen Kontakt zum Höheren selbst. Und wir können das jetzt, eigentlich jeder normale Mensch durch die Schwingungserhöhung der Erde kann, wenn man mag, in diesen Kontakt hineingehen. Und es gibt eben verschiedene Wege, das vielleicht nochmal zu sagen. Oder wolltest du das sagen? Das ist sehr wichtig. Der Unterschied ist, was du lehrst und unterrichtest auch, ist der, ich würde sagen, der weibliche Weg des Erwachens. Wie unterscheidet sich denn der weibliche Weg, also dein Weg zum Erwachen von dem zum Beispiel von Eckart Tolle oder Kurt Tepperwein oder Osho von der Männlichen, die ja die letzten Jahrhunderte wichtiger war? Also ich schätze alle, die du erzählt hast, aufgezählt. Das schätze ich sehr. Ich habe von allen was gelesen. Osho hat mich eine Weile sehr begeistert, als er noch Bhagwan hieß. Ich war damals hier Journalistin in München bei einer bekannten Familienzeitschrift und war die Jüngste und meine Kollegen fuhren da immer hin. Und die erzählten mir dann ganz viel von den Dingen und ich habe auch Bücher von ihm da sehr verschlungen. Natürlich sehe ich die heute ganz anders und kann, was ich damals dabei dachte, ist natürlich nicht mehr das, was ich heute denke. Ich glaube, man muss auch sagen, dass der weibliche Weg ja nicht nur für uns Frauen oder so bestimmt ist, sondern jeder Mensch hat ja in sich eine weibliche Seite. Und beides ist in Ordnung. Also auch ein Mann könnte den weiblichen Weg gehen. Aber natürlich. Der weibliche Weg ist der Weg der Hingabe. So, es ist kein Konzept. Da passt Corona sehr gut. Ja, ich denke, diese lieben Kollegen, die, wie soll ich sagen, ganz viel ja auch angeben, was man alles so tun könnte oder kann. Kann man alles machen, finde ich auch in Ordnung. Und ich habe mir auch bei Eckart Tolle was rausgepickt und das mache ich auch immer noch. Habe ich schon vor Jahren angefangen. So, das gefällt mir. Aber eigentlich weiß ich, dass der Weg, ich kann ja immer nur für mich sprechen und für die, die ähnlich denken oder zu mir kommen auch, ist der Weg der Hingabe. Ich glaube nicht, dass man das Göttliche durch Konzepte erreichen kann. Es ist auch ein Geschenk. Und das Göttliche bestimmt ja im Grunde letztlich selbst, ob es sich mit mir enger verbinden will oder nicht. Ich kann nicht sagen, du komm mal ein bisschen dichter ran und ich mache das jetzt hier schon so und so lange und ich denke, ich habe es mir verdient. Sondern es ist die Hingabe. Und irgendwann passiert es immer stärker. Und ich glaube auch, dass wir sind ja auch sehr viel an die östlichen Konzepte oft angelehnt. Was man alles machen muss, das Ego eliminieren und in Askese gehen und solche Dinge. Ich denke nicht, dass das so ist, weil wir sind ja nicht in irgendwelchen Tempeln, sondern wir leben im täglichen Leben. Wir haben Kinder, wir haben eine Arbeit, wir haben einen Haushalt, wir müssen alles Mögliche machen. Und ich denke, dass es einfach etwas ist, was geschieht. Es ist wie ein Weg. Der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. Man geht gewisse Dinge immer und man kann vielleicht, man fängt an meditieren, sind wir alle mal angefangen. Dann geht man weiter in innere Reisen rein. Dann atmet man bewusster, dann ist man aufmerksamer. Das ist ja ganz viel, was zurzeit auch erzählt wird. Aufmerksam sein, bewusst sein. Man guckt sich an, wie jetzt Corona, die ganzen Maßnahmen. Ist das für mich stimmig? Kann ich mich fragen? Ich bin da ganz aufmerksam. Ist das das, was ich denke, wie es zu sein hat? Oder ich gucke noch ein bisschen weiter, bin noch aufmerksam. Was mag dahinter stecken? Ohne das jetzt hier bewerten zu wollen. Also ich denke, der Weg, der weibliche Weg des Erwachens ist ein Weg, der einfach gegangen wird. Da muss ich auch nicht viele Bücher lesen. Eigentlich brauche ich gar keine Bücher lesen. Und finde ich viele Techniken, Konzepte befolgen. Ja, das geschieht dann einfach. Ich bin einfach. Das ist ja auch ein wunderbares Wort. Ich bin. Und ich bin ja eigentlich dieses höhere Selbst. Vielfach wird das ja so beschrieben, als seien das zweierlei Dinge. Das ist ja nicht so. Ich bin das höhere Selbst. Ich vergesse es nur manchmal. Ich vergesse es. Und ich möchte diesen Kontakt zu meinem inneren Sein einfach immer mehr aufnehmen. Und das kann man natürlich wunderbar, indem man, ich glaube, das ist auch etwas, was Eckart Tolle erfohlen hat, das innere Sein fühlen. Denn ich fühle mein inneres Sein. Ich fühle nicht meinen äußeren Körper, sondern ich fühle den inneren Körper. Und ich fühle, was ich bin. Und wenn ich mich mit dem Fühlen beschäftige, das ist ja was anderes als Emotionen. Genau. Emotionen und Verstand sind gekoppelt aus Erfahrungen. Und das Gefühl ist das, was ich wirklich bin, was ich immer bin. Was auch nicht kaputt gemacht werden kann. Da kann ich noch so verletzt sein oder traurig sein. Mein inneres Sein ist immer da und das kann ich fühlen. Und das ist ja ohne Konzept. Gut, natürlich ist es ein Angebot, in dem ich sage, ich mache zum Beispiel, indem ich mich selbst fühle, so eine Übung. Ich nehme mir Zeit dafür. Oder ich gehe in eine innere Reise. Und ich biete zum Beispiel Menschen an, in eine innere Reise zu gehen, auf einen Platz der Wahl. Und dort kann man das höhere Selbst beispielsweise treffen. Das ist eine Visualisation dann, ein Bild. Ja, genau. Ein Bild. Und da bitte ich mein höheres Selbst, es möge sich als Figur zeigen, auf diesem Platz der Wahl. Da geht es natürlich dann doch in die Zweisamkeit, indem ich etwas anschaue. Aber ich denke, für uns westliche Menschen ist das ganz gut. Die östlichen würden wahrscheinlich die Augen rollen. Aber ich glaube, wir westlichen brauchen immer irgendwas. Wir müssen was haben, um das verstehen zu können. Und dann kann ich mich, Entschuldigung, kann ich mich unterhalten. Also ich kann, wenn ich das übe, immer wieder reingehe, kann ich von meinem höheren Selbst, was ich sonst vielleicht als Intuition oder Bauchgefühl habe, als Antwort bekommen. Was ich mich da manchmal frage, ist, woran merke ich denn, was mein Verstand ist, mein Ego, mein Denken und was wirklich mein höheres Selbst ist? Das höhere Selbst wertet nicht. Du könntest ein Mörder sein oder eine Mörderin sein oder schreckliche Dinge gemacht haben. Dein höheres Selbst würde immer wertfrei mit dir Kontakt halten wollen. Es würde nicht mit dir sagen, du sag mal, was hast du denn da gemacht, sondern es ist Liebe. Es ist Liebe pur. Das Ego, das würde immer meckern und würde sagen, ach, dann hast du und da, da, da und so. Es würde Werten, die Stimmen, die von innen kommen, die Werten sind, oder du musst nochmal dies machen, jenes machen, solches machen, das ist nicht das höhere Selbst. Das höhere Selbst ist Liebe. Es ist einfach Liebe. So wie eine Mutter, die ihr Kind bedingungslos liebt, egal, was es immer auch gemacht hat. Finde ich einen guten Vergleich. Ja, genau. Wenn man aber jetzt zum Beispiel ein Problem hat, ein großes Problem, sagen wir mal, ganz pragmatisch jetzt. Angenommen, ich habe eine schwerkranke Mutter und ich muss die pflegen und bin mit der Pflege überfordert. Wie könnte mir jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, ja, das höhere Selbst helfen oder wie könnte ich zusammen mit dem höheren Selbst mir diese Situation irgendwie erleichtern? Oder wie könnte ich das Problem lösen mit dem höheren Selbst? Das höhere Selbst, wir haben jetzt einmal so von Informationen gesprochen. Auch das Bauchgefühl und die Intuition, das sind ja immer Dinge, die kommen, indem ich weiß, was zu tun ist. Da gibt es dann gar keine Frage. Ich lerne Menschen kennen, finde ich immer sehr schön. Da weiß ich vom Bauchgefühl her, ist die, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen? Das höhere Selbst ist aber auch etwas, was Energie gibt. Das heißt, wenn wir in einer, wenn wir uns die Zeit nehmen, ein bisschen in die Ruhe gehen, ob wir jetzt das auf dem Platz der Wahl machen, indem wir uns da verbinden oder einfach nur einen Gedanken und die reine Absicht nehmen, dann fühle ich das höhere Selbst. Ich fühle diese Energie, ich fühle diese Liebespräsenz. Und wenn ich eine Liebespräsenz fühle, das ist so wie ein geistiger Heiler, der ja letztlich und endlich auch mit der Göttlichkeit verbunden ist, dann fließt Energie und Kraft und Stärke. Also diejenige Person, die jetzt eine kranke Mutter hat, sollte sich vielleicht vorher einfach die Zeit nehmen, sich ganz gezielt zu verbinden und auch das höhere Selbst bitten, es möge währenddessen, während man zusammen ist, dabei sein. Und man kann immer wieder daran denken und immer, wenn man wieder daran denkt, fließt die Energie weiter. Sie ist einfach da, die hört ja nicht auf, die ist nie vorbei. Wir sind eigentlich mit einem Bein in der Multidimensionalität und mit dem höheren Selbst, was wir ja wirklich sind, verbunden. Dann wäre die nächste Sache, dass man einfach fragt und bittet um eine Information oder einen Hinweis, wie kann ich das Leben meiner Mama sozusagen verbessern, was ist zu tun. Dann werden immer Ideen kommen, ob man jetzt direkt kommuniziert mit Frage und Antwort oder ob man eine Idee bekommt. Die Intuition gibt einem etwas, das ist auch der Weg. Dann darf man aber eins nicht vergessen, dass du hast deinen Weg oder die Dame, die das dann hat, hat ihren Weg und die Mutter hat auch ihren Weg. Das heißt, man kann für die Mutter alles Mögliche als Ideen haben, was das Ganze erleichtern würde. Wenn es aber der Weg der Mutter ist, diese Erfahrung zu machen, dann können wir uns noch so viel einfallen lassen, dann wird es nicht so sein. Und dann hat die Mutter ja auch noch den freien Willen. Wenn die dann sagt, du, das, was du mir da empfiehlst, ist ganz nett, aber das will ich alles nicht. Lass mich das mal so machen, wie ich das will. Was wollen wir da machen? Das ist natürlich, Entschuldigung, auch nicht der wahre freie Wille, weil der wahre freie Wille wäre dann die Verbindung zum göttlichen Sein, wenn man viele von den alten Erfahrungen und die Prägung abgelegt hat, wenn man nicht mehr so konditioniert ist. Dann kommt der freie Wille, das göttliche Meer durch. Und die Dame, die da so krank ist, die Mutter, die wird sicherlich aus alten Erfahrungen und Mustern gewisse Dinge ablehnen und sagen, das mache ich nicht, weil das ist schon mal schief gelaufen. Da habe ich kein Vertrauen. Kann man denn sagen, man muss sich eigentlich im Leben um nichts kümmern, außer um die Verbindung zum Höheren selbst. Es wird einem helfen, dass man alle seine Probleme bewältigt, beseitigen kann. Kann man das so sagen? Das ist natürlich jetzt, da müsste ich einen Augenblick noch ausholen, wenn ich das darf. Bitte. Das Höhere Selbst ist ja die letzte Instanz, die uns sozusagen hier runtergeschickt hat. Das Höhere Selbst will immer Erfahrungen machen. Und es sieht Erfahrungen generell neutral. Also wenn du dir jetzt, du gehst jetzt auf den Berg, sag ich mal, hast eine tolle Erfahrung, kraxelst da hoch, fällst aber hin und brichst dir das Bein, dann ist es für dich beides. Es war eine schöne Erfahrung, da zu sein, aber eine schlechte, weil ich mir das Bein sozusagen gebrochen habe. Das Höhere Selbst sieht es nicht so als Bewertung, sondern es ist eine Erfahrung. Und das, was wir jetzt hier auf der Erde erleben, ist natürlich auch eine Erfahrung, der Wandel. Und viele von den alten Seelen sind hier inkarniert, um jetzt erst mal das zu unterstützen, aber auch um die Erfahrung zu machen. Weil so ist es anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, mit der Erde noch nie gewesen. Es ist sehr außergewöhnlich, dass wir Menschen nicht alle ausgelöscht werden und die Erde wieder zurückgeht in eine höhere Ebene, sondern wir bleiben dabei. Wir sind sozusagen auf dem Weg. Nun ist das Höhere Selbst in dieser Zeit des Wandels sehr nahe, also nahe als je zuvor. Früher, wie schon erwähnt, nur für Eingeweihte und Auserwählte. Und es kommt immer näher oder wir verbinden uns immer mehr. Wir sind quasi immer mehr so das Höhere Selbst. Wenn man dann sagen würde, wenn man ganz klug wäre, das ist natürlich für jeden noch nicht der Weg, wenn man sagen würde, weißt du, Liebeshöhere Selbst, ich lege mal mein Leben in deine Hände. Genau. Das meinst du, oder? Das meine ich. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich kann mich eigentlich zurücklegen, entspannt zurücklegen, weil wenn ich das Leben in die Hände des höheren Selbstes lege, dann wird immer das zu mir kommen, was genau passt, was richtig ist. Und auch manchmal völlig verrückte Sachen, Quantensprünge, die man vielleicht unterhält. Also man kann vertrauen, ja? Ja, man kann vertrauen. Aber die Frage ist, hat man das Vertrauen? Das ist ja der Punkt. Ja, aber wie kann man denn Vertrauen herstellen? Indem man einfach immer mehr in diese Verbindung geht und ein bisschen damit auch experimentiert. in die Stille geht, den Körper fühlen, in Kontakt geht, Meditation, innere Reisen, viel in der Natur ist, immer wieder achtsam ist, sich beobachtet, warum tue ich etwas? Wie reagiere ich auf eine Situation, die nicht so schön ist? Mache ich da, reagiere ich mit dem Ego, mit dem Verstand? Oder halte ich im Moment inne und gehe dann mal ein bisschen mehr nach innen und gucke, warum kommt das jetzt eigentlich zu mir? Weil wir sind ja auf der Erde auch, um gewisse Dinge zu erledigen. Und selbst wenn wir mit dem höheren Selbst verschmolzen sind, ist das Leben ja nicht nur Honigschlecken. Aber das ist dann das eine ist die Seele, die diesen Seelenplan hat, und das andere ist das höhere Selbst. Das ist nicht dasselbe, richtig? Nein, die Seele ist Anteil des höheren Selbstes. Und wenn die Inkarnationen abgeschlossen sind, dann geht die Seele zurück zum höheren Selbst und übergibt sozusagen das Erfahrungspaket. Also die Seele ist ein Teil, so verstehe ich das, so wurde mir das beigebracht, also aus der geistigen Ebene, die Seele ist ein Teil des höheren Selbstes und wird hier gebraucht und sammelt alle Erfahrungen ein, die wir hier haben. Und wenn man jetzt ganz konkret aber einfach eine Hilfe möchte, also wie machst du das dann? Sitzt du dann bei dir zu Hause und gehst in Verbindung zu dem höheren Selbst und sagst dann bitte hilf mir beide oder wie machst du das dann, dass du um Hilfe bittest? Naja, das ist natürlich auch wieder ein Prozess. Erstmal bin ich hier wohl anscheinend als Medium oder als klarer Kanal schon auf die Erde gekommen, was natürlich sich im Laufe der vielen Jahre auch verstärkt hat. Ich denke aber, die Kinder, die haben das sowieso. Denen gewöhnen wir das ja dann irgendwann ab, weil sie den Ernst des Lebens wieder leben müssen. Ich muss nicht mehr irgendwo reingehen. Also ich bin verbunden und ich bin immer mehr das höhere Selbst. Ich bin ganz selten in Situationen, wo ich frage, sondern es ist so, als würde das höhere Selbst schon wissen, dass ich eine Frage habe und ich habe schon die Antwort. Es ist außerhalb und von Raum und Zeit und die Frage, die sich stellt, die weiß es sowieso schon und schickt mir sozusagen die Antwort schon da. Das ist aber auch wieder Intuition, wenn man so will. Und viele Menschen haben Intuition und sind eigentlich mit dem höheren Sein verbunden, ohne es zu wissen. Und viele Menschen erzählen mir auch, dass die ganz interessant sich sehr verbunden fühlen bei so Tätigkeiten wie, was in Corona-Zeiten jetzt war, sind ja alle plötzlich Köche, alle können ja auf einmal kochen. So Hingabe an das Kochen, mit Liebe Fahrrad fahren, in der Natur sein, auf dem Berg steigen. Oder Frauen erzählen mir manchmal auch, wenn sie Hausarbeiten machen, die sich immer wieder holen, dann ist man eigentlich in so einem Modus, wo man frei ist und man ist verbunden. Weil die Hände machen automatisch das, was zu tun ist. Ist da auch ein Weg, dass man der Freude folgt? Weil wenn jemand Freude beim Kochen hat, dann kommt er vielleicht doch da eher in Verbindung, als wenn jemand Freude am Singen hat. Weil ich weiß zum Beispiel, für mich ist Sport so wichtig und ich habe mir einen Crosstrainer gekauft. Und ich habe zu Hause jetzt einen Crosstrainer und wenn ich den trainiere, dann bin ich in Verbindung mit meinem Höheren selbst. Weil ich habe das Gefühl einfach, ich bin dann mit mir in Verbindung. Das ist stimmig, das macht mir Freude, ich spüre meinen Körper. Und es ist wie der Ausdruck von Liebe. Ist ja auch, das, was einem individuell entspricht, was einem Freude macht, kann es auch helfen, da in Kontakt zu kommen. Freude sowieso, Dinge, die man gern macht. Wobei ich ja denke, weil du sagst mit Singen, ich glaube, dass viele Menschen, die Singen als Ausgleich nehmen, dann auch da in die göttliche Verbindung kommen. Aber alles, was man mit Hingabe, kommt wieder das Wort Hingabe. Das ist ja so ein bisschen eltlich, das Wort Hingabe und sehr an die Kirche auch so gebunden. Aber Hingabe ist ja etwas, was ich mit meinem ganzen Sein tue, weil ich es gerne mag. Und das kann ja Gartenarbeit sein oder Männer sind im Keller und basteln an ihrer, was weiß ich was, Autoanlage oder irgend so was. Also was ich mit Hingabe mache und was ich mit Freude mache, wenn ich etwas sehr gerne mache, dann ist man mit sich selbst gut verbunden. Und viele Menschen sind das und würden nicht sagen, ich bin mit meinem Höheren selbst in Verbindung, sondern ich bin mit mir selbst in Verbindung, in meinem eigenen Seingut. Und da kommen ja manchmal, das ist ja auch verrückt, die besten Ideen. Man sagt ja, die Erfinder, und wir sind ja ein Land der Dichter, Denker und Erfinder, dass die ihre Eingebungen hatten in einer Situation, wo sie was ganz anderes gemacht haben und nicht verkrampft darüber nachgedacht haben, wie finde ich eine Lösung. Ich glaube, Einstein hat das auch mal ganz kurz in so einer kleinen Anekdote erzählt. Es ist dann einfach da, weil ich bin frei und ich bin nicht verkrampft auf eine Lösung aus, sondern es darf fließen. Die Energie fließt. Glaubst du denn, dass jetzt auch diese Zeit Corona, in der ja jeder gezwungen ist, definitiv sich mehr mit sich selber zu beschäftigen, allein schon wegen dem Kontaktverboten, aber auch einfach, weil jeder mit seiner Angst konfrontiert ist? Das heißt, Corona macht, dass man Angst hat entweder um die Gesundheit, um sich selber, um die Gesundheit von Angehörigen, Existenzangst, weil das eigene Restaurant geschlossen wurde oder so. Also jeder ist mit seinem eigenen Angstsystem konfrontiert, also schon mal mit sich selber beschäftigt. Oder aber man ist eben zu Hause, weil man halt nicht rauskommt. Glaubst du, dass Corona vielleicht absichtlich irgendwie gedacht ist, damit die Menschen mehr in Verbindung gehen mit sich und ihrem höheren Selbst? Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Corona hat Vorteile, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen, weil wir sind ja alle sehr kritisch im Moment und das ist ja auch gut so. Aber es hat natürlich den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass man mit sich selbst sich mehr beschäftigt und dass man noch mal ein bisschen kritischer wird und sich wirklich überlegt, ich bin jetzt hier zu Hause, ich kann nicht arbeiten beispielsweise. Was macht mein Leben eigentlich aus? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Nur mit Arbeit kann ich mich eigentlich nicht ausdrücken oder nur dadurch, dass ich in Anführungsstrichen Kinder beispielsweise betreue. Was ist denn noch hier auf der Erde? Was macht mir Freude? Wie kann ich mich ausdrücken? Ich glaube, dass durch das abgeschottet sein und auch durch das kritisch sein und auch durch die Angst, die kommt, man vieles hinterfragt. Und was ja auch interessant ist, Angst anzunehmen oder zu erkennen, ist ja auch wieder Transformation. Und da kommen wir wieder zu dem höheren Selbst, weil mein Kontakt zum höheren Selbst ist so besser, je weniger ich konditioniert bin. Das heißt, Ausbreche aus den Konditionen, die man uns hier anbietet, wie eine Welt zu sein hat. Man kann das ja alles hier infrage stellen. Das ganze Wirtschaftssystem, alles kann man infrage stellen. Das gesellschaftliche System. Ja, alles. Und wenn ich das ein bisschen mehr mache und feststelle, ich bin in Ängste, weil ich bin nicht versorgt oder was auch immer, dann kommt man ja automatisch an weitere Dinge. Das kann ja nicht nur der Sinn des Lebens sein, dass ich arbeite. Sondern es gibt ja vielleicht auch noch andere Dinge. Und dann gibt es doch diese wunderschönen Bücher auch, so von Utopia oder so, dass man lebt, ohne dass man beispielsweise krampfhaft arbeiten muss, sondern dass man vielleicht mit weniger Arbeit oder mit Arbeit, die einem Spaß macht, gut klarkommt. Und da geht es gar nicht um das Bezahlen, sondern da kann man ja auch tauschen oder gibt ja alle möglichen Ideen, wie man ein Leben leben kann. Und ich glaube, dass Menschen da auch immer mehr hinkommen, loslassen, wo ihre Ängste sind, es ist doch so, wenn man Ängste wirklich stark hat und man lässt sich auf diese Ängste ein, dann lösen die sich irgendwann auf. Das ist ja Energie. Das ist nur ein Gedanke. Ja, und eine Speicherung, die ich in mir habe, und da komme ich ran, das ist eine bestimmte Energie, kennen wir alle, drückt im Magen, schlägt auf dem Herzen oder man kriegt Schweißausbrüche. Und wenn man das aushält, diese Angst, dann löst die sich irgendwann auf, dann ist die nicht mehr da. Und so könnte man ganz einfach, wenn man das jetzt therapeutisch sehen wollte, könnte man durch die Ängste hindurchgehen. Und je weniger Ängste ich habe und je klarer ich bin, umso besser bin ich angebunden und habe dann auch stärkere Ideen oder Intuition, wie mein Leben sein könnte und wie viele vielleicht jetzt auch, die auf die Straße gehen und andere Modelle oder Ideen haben, wie ein Leben hier in einer anderen Politik. Und das ist ja immens, welche Themen da plötzlich auftauchen. Dann ein anderes Beispiel. Wenn jetzt jemand Single ist und sucht einen Partner und jetzt ist ja Corona und es gibt ja wenig Möglichkeiten, jetzt auswärts jemanden kennenzulernen, es müsste sich doch eigentlich im Internet bei einer Partnerbörse anmelden. Was sagst jetzt du, wie würde er denn einen Partner finden mit dem höheren Selbst? Das ist ja eine interessante Frage. Ich würde, ja, also ich könnte ja nur von mir aus gehen. Ich würde sowas sowieso nicht machen. Ich denke ja, die Menschen, die zu einem kommen sollen, die werden auch zu einem kommen. So, die kommen einfach zu einem. Und wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, weiterentwickele in Richtung Höheres Selbst, also ich lasse meine Muster los, meine Konditionen, ich bin gut in meiner Intuition, in meinem Bauchgefühl verankert, ich bin freudig im Leben, ich liebe das Leben, so, dann strahle ich ja eine bestimmte Energie aus. Und ich denke, wir haben das alle gemerkt, so in den letzten fünf Jahren, ich glaube, also die Leute, die ich so kenne, die spirituell unterwegs sind, haben sich alle in den fünf Jahren wahnsinnig entwickelt. So, das heißt, wir haben unser Feld verändert. Wir strahlen was völlig anderes aus. Man kennt doch diese alten, oder die Geschichten, wo Eheleute sich trennen, scheiden lassen und den nächsten Partner nehmen und der ist genauso eigentlich vom Typ her oder von der Energie her wie der, der da vorher war oder die, die da vorher war. Das heißt, wir ziehen wieder die gleichen Typen an. Herr Tabberwein hat sich da, glaube ich, da mal ganz interessant drüber ausgelassen. Und wenn ich mich verändere, und das haben ja viele von uns, ziehen wir auch ganz andere Menschen an. Und ob die nun über das Internet da, weiß ich nicht, ob man da dann die Energie so findet, könnte natürlich sein, weil durch die vielen Online-Seminare haben wir ja festgestellt, dass die Energie sich auch trotzdem überträgt. Ich war ja immer der Meinung, dass man Seminare von Mensch zu Mensch geben muss, was ich natürlich bin froh, dass ich jetzt hier in München gerade ein Seminar machen konnte, nach wie vor favorisiere. Aber es blieb ja manchmal nichts anderes übrig als Online-Seminare. Ich habe so Videos gedreht und so. Und ich habe aber gemerkt, ich habe die Leute auch gefragt, die Energie kommt rüber. Das bedeutet, man könnte natürlich mit, weiß ich nicht, alle elf Dingsbums und so, vielleicht kommt die Energie auch rüber und man strahlt so viel aus, dass man dann zu dem Richtigen dort gelangt. Also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber es könnte durchaus sein. Aber ich glaube ja trotzdem, dass wie wir uns auch kennengelernt haben oder viele andere man so jetzt kennenlernt, dass man einfach geführt wird. Also die Energien passen zusammen. Das kann man quantenphysikalisch wahrscheinlich noch viel besser erklären. Es ist einfach eine Energieverbindung da. Und ich glaube auch, dass viele Leute feststellen, dass gewisse Freundschaften und Partnerschaften auch nicht mehr passen in dieser Zeit. Durch die Veränderung, die wir erleben, die Ängste, die wir loslassen, stellen wir fest, dass gewisse Menschen mit uns gar nicht mehr so harmonieren. Und so manche Freundschaft löst sich auf. Das ist auch eine wichtige Frage. Du sagtest ja gerade, dass man keine Angst mehr hat, wenn man mit dem höheren Selbst verbunden ist. Also es wird immer weniger Angst. Es wird weniger. Es wird weniger Angst. Dann lasse ich ja vieles los sozusagen. Und was kommt dann nach dem Loslassen? Freude, Liebe. Eine Verbindung mit dem höheren Selbst ist einfach wunderbar. Also es ist ein schönes Gefühl. Es ist einfach ein Liebesgefühl. Nun könnte man natürlich auch sagen, das ist natürlich jetzt sehr, wozu brauche ich einen Partner, wenn ich mein höheres Selbst habe? Genau. Das würden sich, und ich denke, diejenigen, die sehr gut verbunden sind, würden jetzt, die das hören, schmunzeln und sagen, stimmt, brauche ich auch nicht, weil ich bin komplett. Weil sehr gut verbunden zu sein und immer mehr verbunden zu sein, das ist ja ein Weg. Heißt ja auch, dass wir die männliche und die weibliche Seite in uns vereinen. Das ist ja so ein mystischer Prozess. Die kümische Hochzeit wurde es früher genannt. So, und wenn das ist, habe ich beides in mir. Und was ich, wenn ich dann noch einen Partner oder eine Partnerin haben möchte, dann denke ich, ist es das Sahnehäubchen. So. Und sicherlich wird es das geben. Und ich glaube auch, dass bestehende Partnerschaften, die sich auf den Weg machen, sich in der Richtung auch verändern. Und dann sind die Abhängigkeiten vielleicht auch gar nicht mehr da. Ich glaube, dass Partnerschaften generell auf dem Prüfstand auch stehen. So, diese Konzeptpartnerschaft, Abhängigkeiten, man erwartet von dem anderen, dass der irgendwas erfüllt in einem. Aber das haben wir ja alle festgestellt. Das funktioniert nicht. Also ich muss mich schon, nach der ersten Verliebtheit stellt man das ja fest nach ein paar Monaten, kann ich mich erinnern. Das löst sich auf. Und ich kann nur mich erfüllen. Ich kann nicht von dem anderen erwarten, dass der mich erfüllt mit dem, was ich eigentlich brauche. Sondern das finde ich in mir selbst. Kann es denn auch sein, wenn man eben diese Glaubenssätze und Konditionen etc. loslässt, dass man dann wirklich sein Leben zu 100% ändert. Also sprich, man ist eine Familienmutter, hat drei Kinder und verlässt dann Mann und Kinder und geht nach Indien in einen Tempel. Kann das sein, dass man sich so stark verändert dann durch die Verbindung zum Hören selbst, weil man eben merkt, dass man durch diese Gedanken, durch das Ego viele Fesseln hat. Also man ist sehr gebunden an die Glaubenssätze eben und auch an die gesellschaftlichen Vorgaben. Es könnte sein, dass sich Menschen dafür entscheiden. Ich habe auch eine Freundin, die hat Haus und Hof und Kinder verlassen und ist dann nach Indien gegangen. Die ist aber irgendwann auch zurückgekommen, weil sie festgestellt hat, das ist nicht der Weg. Ich glaube eher, dass das Höhere selbst, wir haben uns ja unsere Partnerschaften, unsere Kinder und die ganzen Dinge, die wir im irdischen Leben erleben wollen, auch ausgesucht. Ich bin ja nicht zufällig Mutter von drei Kindern. Und ich glaube, dass die Entwicklung, die ich dann durchmache, die bringe ich in die Beziehung hinein und auch in die Verbindung zu den Kindern. Und ich glaube ja, dass man dann auch bestimmte Kinder hat, bestimmte, vielleicht sind es auch weise alte Seelen, wenn ich eine bin oder es sind ganz junge Seelen oder keine Ahnung. Also das wird nicht jetzt passen, aber du weißt schon. Also man ist nicht total gegensächlich, denke ich, gegensätzlich, sondern man ist ähnlich und dann bringt man diese wunderbare Beziehung zum Hören selbst auch in die Gemeinschaft hinein. Und die Gemeinschaft wird harmonischer, so wie man ja auch zum Beispiel hört oder sich auch denken kann, wenn in einer Ehe jemand sich auf den Weg macht, dass entweder die Ehe auseinander geht oder aber, dass der andere sich mit auf den Weg macht, vielleicht auf seine Art und Weise, aber dass es durchaus möglich ist, dass man das gemeinsam gehen kann. Und ich glaube, wie gesagt, die Mutter mit den drei Kindern, dass die sich vielleicht eine, dass die eine Phase hat, wo die ausbrechen will, aber dann plötzlich merkt, wie die Liebe, weil das ist ja die Liebe, die Liebe, das mit sich bringt, dass das Herz das gar nicht über sich bringen könnte, diese drei Wesen zu verlassen. Das Verlassen der Familie wäre eigentlich das Ego, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Hast du recht. Das wäre das Ego. Das wäre selbst ein Satz. Würde vielleicht sagen, zieh dich doch mal ein paar Wochen zurück und fahr nach Indien. Und dann machst du das durch, was da durchzumachen ist. Und dann kommst du wieder und kochst da eine Erbsensuppe oder was auch immer und versorgst die Kinder. Das finde ich, ist auch immer beim Thema Treue interessant. Jetzt kann man sagen, wenn ich möchte, dass der Partner treu ist, das ist mein Ego. Aber wenn jetzt der Partner untreu sein will, ist das auch sein Ego. Was sagt denn das Höhere selbst zum Thema Treue in Partnerschaften? Das ist eine individuelle Sache. Wir hatten neulich mal so ein Gespräch auch im Freundeskreis und ich denke, dass jeder auf dem Weg ist. Und wenn der eine auf dem Weg ist und hat das Bedürfnis, über die eigenen Erfahrungen nochmal eine Untreue zu erleben, dann wird das vielleicht so sein. Aber die Frage ist, ob dann der andere das so als eine Verletzung hinnimmt. Das ist ja auch wieder Angst und Ego. Oder ob der nicht sagt, gut, dann musst du die Erfahrung einfach nochmal machen und ich muss sehen, wie ich damit klarkomme. Wie es sich für mich anfühlt, ob ich das verarbeiten kann. Und Untreue ist ja auch so eine Sache. Findet das jetzt nur körperlich statt oder fühlt man sich, sagen wir mal, auf der seelischen Ebene sehr gut miteinander verbunden. Also der untreue Partner sozusagen. Das ist ja auch noch eine Frage. Ich glaube, dass wir uns, wir befinden uns ja wirklich im Umbruch, in jeglicher Form jetzt im Moment. Und was Partnerschaften anbelangt, muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal tiefer gucken. Und das ist auch ein Weg, der sich entwickelt. Jetzt hast du... Ja, na bitte. Man sagt ja, auf anderen Planeten gäbe es da ganz andere Konstellationen auch. Und wenn man so den Büchern von Lemuria, ich habe da auch mal so eine innere Reise gemacht, als wir mit einer Gruppe auf Hawaii waren und bin da reingegangen in Lemuria. Da war eine Selbstverständlichkeit davon da, dass zum Beispiel Kinder zwar geboren werden von einer Frau, aber dass dann beispielsweise auch die Gemeinschaft die Erziehung übernimmt und nicht einfach nur eine Person. Und dass man mit jemandem zusammen ist, mit dem man gerne zusammen sein möchte. Und dass vielleicht auch eine Verbindung, eine Partnerschaft, eine Ehe oder das wird es da in der Form sicherlich nicht gegeben, aber eine Partnerschaft dann vielleicht auch irgendwann vorbei ist, wenn man feststellt, man möchte gerne einen anderen Weg und mit einem anderen Menschen einschlagen. Und man geht in nett auseinander, weil man das versteht. und weil der andere das versteht. Jetzt hast du ja auch Kontakt zur geistigen Welt. Kannst du noch vielleicht eine kurze, wie soll ich denn sagen, eine kurze Anleitung geben, wie denn jeder persönlich auch in Kontakt zu seinem eigenen, sage ich mal, zu seinem eigenen geistigen Führer kommt? Ich bin ja so eine ganz pragmatische Person und versuche auch, die Dinge ganz einfach zu halten. Man kann ja auch alles wissenschaftlich erklären und so. Nicht quantenphysikalisch, verschiedene Welten, Parallelwelten und so weiter. Ich bin so für innere Reisen. Ich habe festgestellt, dass die inneren Reisen, dass es ja ein wunderbares inneres Leben gibt. Also wir steigen eigentlich ins innere Universum ein. Und dass man, wenn man das macht, da gibt es verschiedene Übungen, die ich jetzt anbiete oder natürlich auch Kollegen, dass man mit sich selbst in die Tiefe geht und dass man auf einem Platz der Wahl beispielsweise, den ich mir vorstelle, die Wesenheit, die einen begleitet, wir sagen ja Schutzgeister zu oder Schutzengel, dass wir die einfach dahin bitten und fragen, ich möchte gern dich kennenlernen. Du begleitest mich. Wer bist du? Zeig dich mal. Und ich habe festgestellt, dass das immer klappt. Da kommt dann jemand. Den sieht man dann. Manchmal sieht man den nicht so klar, sondern ein bisschen schemenhaft. Und ob man dann immer gleich eine Stimme hört, das ist auch eine Sache, manchmal entwickelt sich das, manchmal hört man sofort was und ich kenne das so von Einzelsitzungen, dass einige sagen, nein, das ist ja nicht wahr. Das ist ja toll. Die Information habe ich schon ein paar Mal erhalten und das gar nicht glauben, dass das so möglich ist. Also man kann, man muss ein bisschen üben damit, aber ich glaube, die Schwingung hier ist im Moment so hoch, dass man das, dass das jeder kann. Und auf deinen Reisen kann man natürlich auch in Kontakt kommen. Du bietest ja auch Reisen an. Naja, so im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt 17 Jahre schon, hat sich dann irgendwie ergeben, dass es gut ist, man ist mal mehr länger zusammen als nur einen Tag oder zwei auf einem Seminar und man besucht mal tolle Plätze wie Mount Shasta ist ja sehr begehrt oder Hawaii beispielsweise. Da ist man dann noch länger zusammen und ist in einer schönen Energie und ist auch gemeinsam, hat man so eine tolle Gruppenenergie. Man denkt dann nicht mehr an zu Hause und es ist dann auch ziemlich egal, was da dann ist. Und so taucht man noch tiefer ab und kann sich selbst und die geistigen inneren Ebenen besser kennenlernen. Super. Vielen Dank, liebe Barbara, für diesen Ausflug in die geistige Welt und auch diese Anleitung zum Hören selbst. Danke sehr. Gerne. Ich danke dir auch. Dankeschön. Und ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Interview. Bis bald bei Welt im Wandel TV. Bis bald bei Welt im Wandel. Bis bald bei Welt im Wandel TV. Untertitelung des ZDF, 2020